Musik Ich grüße euch ganz herzlich hier aus der Region Kitzbühler Alpen-Brixental zur dritten Auflage des E-Bike-Festivals. Vor zwei Jahren haben wir damit gestartet in Brixen im Thale. Letztes Jahr in Kirchberg und heuer sind wir zum ersten Mal in Westendorf. An den drei Tagen erwarten uns jede Menge Infos und Neuheiten vom E-Bike-Markt. Musik Los geht's am Freitag mit dem Fachkongress der etwas anderen Art, wo wir zahlreiche Referenten hier haben, die interessante Fachvorträge geben. Zwischen den Vorträgen fahren die Teilnehmer immer von Location zu Location. Musik Die zwei Besuchertage am Samstag und am Sonntag stehen ganz im Zeichen von Genuss und Besten. Eine perfekte Kombination für ein gelungenes Festivalbefreunde. Musik Das Festivalgelände, also die E-Bike-Welt, besteht aus ca. 30 Ausstellern, wo man wirklich die neuesten E-Bikes testen kann. Auf der Festivalbühne gibt es heuer ein ganz tolles, interessantes Programm. Und ganz neu dieses Jahr sind die Foodtrucks, die uns mit Krösslichkeiten verwöhnen. Musik Zu den Highlights gehören auch heuer wieder die zahlreichen Themen Genussradtouren. Da gibt's zum Beispiel die Panoramatour, die Käsetour oder die Extremtour. Musik Wer in kürzester Zeit so viele E-Bikes wie nur möglich testen will, der ist bei unserem Speedtesting genau richtig. Musik Jede Session dauert ca. 1,5 Stunden, in denen man für 10 Minuten unterschiedliche E-Bikes probieren kann. Musik Musik Drei Tage lang dreht sich in Wessendorf alles rund um die Elektromobilität auf zwei Rädern. Wir freuen uns bereits auf die nächste Auflage des E-Bike-Festivals in der Region Kitzbühler Alpen in Wixenthal. Musik 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 Musik